Ludwig Ring Eifel ist ein deutscher Journalist, er ist Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur, Leben. Ludwig Ring Eifel studierte nach seinem Abitur am Trierer Friedrich Wilhelm Gymnasium in Trier, Mainz und Kalifornien Philosophie, Theologie, Religionswissenschaft und Altphilologie. Er war von 1984 bis 1986 für die Grünen im Trierer Stadtrat. 1987 begann er als Nachrichtenredakteur bei der FAZ. Seit 1990 berichtete er für kirchliche Medien unter anderem für die katholischen Nachrichtenagentur in Bonn. Er war Chefredakteur des Magazins Kontinente in Köln. 1996 wurde er Rom-Korrespondent der katholischen Nachrichtenagenturen Keth Press KIPA und KNA. Seit 2005 ist er Chefredakteur der KNA und Nachfolger von Helmut S. Ruppert. Er engagiert sich in der KNA Promedia Stiftung, einer Förderinitiative für junge katholische Journalisten und ist dessen langjähriges Beiratsmitglied. Er begleitete Johannes Paul II. auf 13 Auslandsreisen und hat mehrere Bücher verfasst. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin. Schriften, Weltmacht, Vatikan, Päpste machen, Politik, Patloch, München 2004, ISBN 3.629.016.790. Johannes Paul II. der Mensch, der Papst, das Vermächtnis, Herder Freiburg 2005. der Papst in Deutschland. Unvergessliche Begegnungen mit Benedikt XVI.